hier sind sehr viele Leute, fällt mir gerade auf oh, ich hab auch schon 17 voll ausgebildete Bogenschützen, krass, die kommen auch nach oben ich sortiere das jetzt mal wieder schön ein bisschen dass die besten nach oben kommen, aber naja sind wohl doch nicht so viele oh, kann ich dem blauen helfen, ich kann dem blauen helfen uhu wieder gegen 2, oh mein Gott, wie anstrengend ach man, das red mich gerade immer noch auf mit der Burg, ich glaub diese Aufnahmesession schaffen wir auch keinen Angriff mehr weil wir ausbilden müssen ach da sind sie ja hab schon gedacht, ich wär irgendwie an denen vorbeigelaufen uh, der hat das überlebt, was ein Talent bam geht durch wie die Butter, ey ach komm, als ob dein blöder Stock das jetzt ausgehalten hätte ist klar, mein Freund, aber glaub ich dir nicht so, tot ist er Erfahrung für mich und da liegt noch mein Brötchen, ey das wartet nur um in mich reinzukommen ha, nee Spaß war ein bisschen schwul, aber naja, was soll's ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die Scheiße angreifen soll aber ich mach's einfach komm, ey wenn wir jetzt verkacken, dann haben wir halt wieder verkackt ey, ich hab sowieso davor schon verkackt egal es ist halt so da kommt der 102er schaff ich aber noch dann wird das halt ja eine verkackte Aufnahmesession aber trotzdem noch geschafft und dann bieten die mir nur so wenig ich will hier noch mein Geld von 20.000 immer haben ja, also 20.000 sollten bei mir jetzt Standard sein damit ich, falls ich mal was Großes kaufen will das auch kaufen kann 3, 4, nicht gerade viel, meine Freunde äh, so, Sargoth ei, 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 ei so, Wagenhändler der noch ein bisschen Brot, ein bisschen aber auch nicht sehr viel ach, der hat 1.900, dann können wir oh, das war's schon mit dem Verkaufen so 1.600 geht da noch der Rest, oder? ne, geht nicht Rüstungshändler was haben wir denn so Schönes? nichts Schönes uh die sieht geiler aus als die hier aber ich glaub, das ist jetzt relativ 7.000? ne, komm, das ist jetzt relativ unnötig die einfach nur so auszutauschen und das war's schon ne, noch nicht ganz das können wir noch alles verkaufen damit können wir auch jetzt eigentlich den Borscher ausrüsten ach, ausrüsten, ausrüsten ja, ausrüsten auf 200 reicht das noch ja wie viel sind jetzt nochmal wert? ach, Rücknahmepreis ist jetzt nicht der Originalpreis das wollte ich gerade nicht so ok dann rüsten wir mal den Borscher aus mit dem hier wie viel hat das denn? 24, 36, 5 besser 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 auf jeden Fall, Digga siehst du ja zwar scheiße aus aber bist geschützt 24 Nordkrieger ey, können wir die mal ausbilden oder sowas? wäre eigentlich mal gar nicht so schlecht so, jetzt würde ich aber nochmal gerne gegen irgendeinen Orangenen kämpfen oh, hier gibt's Mega-Fight soll ich da mitmachen? ne, wäre ein bisschen dumm weil ich dann wieder verlieren würde aber hier ne, lass ich auch wie viel hat der denn? 75, lass ich mal lieber oh, jetzt hab ich nicht gecheatet egal hey, kann ich ja mithelfen beim Überfall? kann ich irgendwie helfen? so, helfen, so ne, kann ich wohl nicht, ne? oh, ein 34er wir sind schneller, wir sind schneller wir kriegen den ja jawoll ach, wie meet again haben wir dich schon mal besiegt? so, machen wir mal wieder mit Aufstellung weil ich sehen will wie viele Leute ich habe wie die Aufteilung so ist zwischen Bogenschützen und Infanterie Bogenschützen sieht sehr gut aus ich liebe euch sieht sehr nice aus Infanterie? geht mag ich, gefällt mir so, und mir fällt auf ich hab jetzt noch gar nicht ein Pferd mit 50 Geschwindigkeit das Ding hat immer noch 45 und da sind sie ja auch schon meine Freunde meine Bauernfreunde oh, ein Schlag und der war tot fällt mir auf, ich kann mir eigentlich nur eine neue Zweihandwaffe leisten wäre ja gar nicht so dumm und ich snack die gerade alle mit der linken Faust weg hier mit dem linken Schlag hier obwohl ich gar nicht mit links kämpfe oder es besser gesagt gar nicht kann meine starke Hand die rechte ist ich glaube, das konnte man hier auch angeben äh, starke Hand rechts ne, ich glaube, das war doch ein anderes Spiel wer weiß auf jeden Fall wird hier gut weggesnackt auch von mir erstaunlicherweise Alter wie die ja schon abgenommen haben so, dann greifen wir an, Jungs wir wollen ja, dass ihr auch ein bisschen Action abbekommt hört doch auf, ihr unnötig zu schießen ihr werdet sowieso sterben es bringt euch nix Fickt euch Fuck, ich hab die Lanze nicht gesehen Einer Okay, nur einer tot ist gut, das ist okay Gegen neun Wie viel Leben hab ich denn wieder? Okay Ich lass meine Leute einfach angreifen Es sind ja noch neun Leute Fuck ey, was für ein Wichser Mann ey Diese Lanzentypen, ey wenn die nur ein bisschen Geschwindigkeit drauf haben und einen mit der Lanze treffen die hauen einen weg das ist so unfair aber es geht mit der Einhandwaffe auch sehr gut da muss man eigentlich nur so die Maus ein bisschen zurückziehen dann nimmt er seine Hand zurück hat die Lanze richtig gerade und stößt sie in den ähm, Gegner also so richtig wie ein Bogen so Bam und das mit der Geschwindigkeit dann snackt er die so weg mit so nem geraden Schlag und das ist echt Hammer Und wir können ja mal hier ein bisschen die Landschaft von Mountain Blade begutachten Und als ich gestern gezockt hab hatte Mountain Blade echte Probleme Was? Wollt ihr mich verarschen? Das sind neun Stück, Jungs Neun Stück Nein, 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 nein Nein, nicht nochmal, mein Freund Ne, ne, ne Nicht nochmal Ne Komm, machen wir auch ein Alter, zwei sind tot gegen neun Stück Neun Stück Neun Verdammte Leute Neun Stück Alter Jungs Alter, dieser Geruch von der Wurst auf dem Brötchen Ey, ich pack's nimmer Alter Haben wir's jetzt Danke Alter Nehmen wir mal mit Nehmen wir auch mal mit So, naja Falls jemand ne Ausrüstung braucht Falls wir wieder irgendeinen guten rekrutieren Gut, Beförderung Veteranen Wow, sehen die geil aus Ich hab wieder 24.000 Geil Und jetzt würde ich gerne Ähm Den hier eigentlich zu decken Aber das mach ich jetzt nicht Weil ich zu wenig Leben hab Charakter Ach nee, ich kann auch gar nicht Mir fehlen noch echt viele Experience Alter Die haben nur noch Die haben alles weg Blau hat zerberstet Blau regiert, die Jungs Blau regiert Alter Es wär echt schlau von mir Wenn ich jetzt hier Diese Burg holen würde Das wär echt schlau Aber Aber naja Die holen das ja eigentlich alles gerade Oder die Burg Das wär echt schlau Ach, ich helf denen einfach mal Dem Wie viel Ähm Life hab ich denn Gesundheit 30 von 50 Machen wir einfach mal Warum nicht Ach Ich kann denen nicht helfen Okay Jetzt will der von Königreich Vegiers Will mich jetzt Als Notlösung haben Aha Wer's glaubt Wer's glaubt Mein Freund Wer's glaubt Bin ich denn überhaupt hier Schlag ich mal mein Lager hier auf Und rum mich eine Nacht über aus Und beiß dann mal in mein Brötchen Während der Aufnahme Oh 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 und so ich denke ich muss sich viel kommentieren was sie gerade gemacht habe kennt er schon die standard sache und die haben nicht viele sachen super war ein paar brötchen für mich ich nehme alles mit ihr das könnte behalten jungs nicht viel geld für mich nicht viel geld turnier dann hauen wir mal rein war 64 teilnehmer geil aha dann war es wohl doch hier wieder lanze super alter jetzt sind das wieder alles nur lanzenkämpfe oder was wie unnötig ist das denn ich habe keinen bock auf lanzenkämpfe lanzenkämpfe sind so schwul bam da habe ich ihn ich will auch einen bogen haben bogen ist viel sinnvoller als lanze schade dass man sowas nicht auswählen kann das finde ich eigentlich ganz geil ach Junge warum hat er einen Schwert wie unfair ist das denn ich will auch ein Schwert haben und ja wie wir weggesnackt werden ist klar Jungs ist klar natürlich werden wir weggesnackt wie sonst was so der kann auch nicht mehr viel ausrichten der blau mit seinem na toll ich bin der einzige überlebende ok es leben eigentlich ok es leben noch alle ja ich weiß aber lol der einzige nicht ohnmächtige oh und der nächste tot oder ohnmächtig oh fuck oh und der nächste so jetzt bin ich weg wegen dem Schwert hier ach ich habe ein Schild ich vergesse mein Schild immer wieder da ist ein Schwert kann ich das aufnehmen schweres Übungsschwert schweres Übungsschwert ja ich habe es kleine Chance noch ok keine Chance mehr oh mein fucking Gott ja wenn ich das gewinne bringe ich hier meine ganze Truppe weiter obwohl die nichts gemacht haben ehrlich gesagt fuck Schwertwack oh mein Gott der kann mit seiner Lanze nicht mehr viel machen am Boden oh mein Gott bin ich geil so haben wir alles weg eliminiert und ich habe wieder eine Lanze als Dankeschön so ich habe mal ein bisschen Damage gemacht wo sind denn meine Blauen wo sind denn meine Freunde alter hat der mir gerade Damage gemacht mit seiner scheiß Lanze und ich habe wieder mit seiner mit seiner mit seiner mit seiner